Das ist ja praktisch, da gehen wir direkt mal... Moment, da müssen wir jetzt ums Becken. Erstmal ums Becken und dann... Ich hab schon weggedrückt, das tut mir leid. Verdammt, ich habe gewartet. Sehr rein, sehr rein, mein Ring. So. Hast du getrunken? Ich schriele eben oben, so. Und dann, Moment, was habe ich... Irgendwas kannst du eh drin, ne? Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Achso, sicher. Sicher ist sicher. Siggi, Siggi. Siggi ist sicher. Ja, Siggi. Boah, hier haben wir letztes Mal übelst gewonnen, das wird jetzt wieder ein Fest, pass mal auf. Innerhalb von anderthalb Minuten rennen wir durch, pass auf. Wen haben wir denn alles dabei? Matmortem, Blackrock, 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 Malfurion, Blackrock, Blackrock, Blackrock. Ereda, guck mal, das ist einer von dir. Malfurion, die Nachtwache, Blackrock. Feldherr Tanke. Wer kennt ihn nicht? Ich komme mit meinem fetten Bären nicht die Treppe hoch. Weißt du, was das heißt? Wenn ich auf ein Item gehe, da steht ein Item Level 308, geil? Und in Klammer steht 385. Was heißt das in der Klammer? Äh, wo steht denn das bei dir beim... Wenn ich mit dem... Mit der Maus über das Item gehe? Habe ich gar nicht, keine Ahnung. Ich habe ja nur einmal das Eye Level und einmal die Item ID. Aber so in Klammern habe ich da nichts. Oh. Ich werde übrigens voll auseinander genommen. Ich muss doch mal das Cheat Addon, also im Fernseher muten, weil es Cheat Addon da wie ein bisschen... Das Scheiß Addon stimmt. Das ist so ein Beschiss Addon ist halt. Genau gehört, wie der damals Anti-Magic-Shell gesagt hat. Da wart bei mir vorbei. So. So ein Beschiss. Von dem sieht man das auch gar nicht. So. Wo sind die denn jetzt schon durch? Ich... Überall? Noch nirgendwo. Oder? Ne. Ne. Wo kann man das denn nicht zurückziehen hier, das ganze Gefährt? So, Hexer. Oh, da ist noch einer. Oh, oh. In Schlaf versetzt, verdammt. Oh Gott. So wird's ja irgendwie da innen rund. Warum sagt mir das keiner? Ich tue da die Fahrzeuge... Ja, ich auch. Ich spiel hier ernsthaft. Nötig. So muss das. Das geht doch nicht anders. Jaaaa. Aua, die hauen mich hier tot. Aber richtig. Ich möchte jetzt schauen, ob die zusammen gehören. Ach was. Ah, wo kommen die alle her? Oh Gott. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Ja, das könnte ja nicht lange gut gehen. Jetzt haben wir vier Viewer. Also... Zwei zusätzliche mittlerweile, wa? Ja. Ich merk schon, da zieht hier sein... Ach, man hat sich schon unterstützt. Da zieht hier... Hier... Äh, ne? Und so. Oh. Ich hab... Ich krieg hier Ehrenpunkte ohne Ende. Äh, wo sind die denn durch? Sind die schon irgendwo durch? Wom gehen die denn alle? Verstehe ich gar nicht. Nö, bei uns hier. Tanke ist grad gegangen, zum Beispiel. Geh Tanke einfach. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Fahren die überhaupt noch mit Fahrzeugen durch die Gegend? Nö. Na gut, dann halt ein bisschen rumzergen. Ich wurde gestand. 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 Gestandst. Nein, schon wieder. Ich bin tot. Tot. Was? Was denn? Ich bin tot, ja. Ist das jetzt so verwunderlich, oder was? Du ist grad so, als wär das hier das Schlimmste der Welt. Du isst es natürlich auch, aber... Ich kann das voll verstehen, aber... Ne leichte Overreaction. Oh, ich hab 100 ehrenhafte Sieger, bevor ich gar nichts gemacht hab. Huch. Wer hält denn den Worry schon wieder? Oh, das wird demnächst nützen. Guck mal hier, wie ich da... Kaum bin ich da, da geht der aber runter hier mit dem Leben. Zack, Klasse und Stil. Oh, ich räum hier eine... Äh... Haben wir das gehört? Ich... Oh Gott, was dann... Der war aber extrem laut. Das ist nicht original. Hm. Stirb. Stirb. Stirb einfach, du Lappen. So ein geiles Geschnetzelter. Aufmench, aufmench, jawoll... Moonson heißt er. Was denn für Name? Wieso heißt gehört verprügelt? Alter was sind denn das...? Was ist denn das? Geht er weg. Ich hätte kein Heal. Kann er... Haben wir überhaupt Heiler? Na denn... Ja, denn ist ja gut. Boah, ich rotze hier weg, das müsstest du sehen, ich sage dir. Boah! Keine Chance. Bin nur ich alleine. Wer ist denn überhaupt bei uns in der Guild? Ja, ich guck mal. Ah, noch ein paar. Ach Gott! Dieser komische Mage-Frostring, der ist auch irgendwie voll unnötig, oder? Ja. Ich weiß nicht, das dauert ewig, bis du da eingefroren wirst. In der Zeit bist du entweder rausgelaufen oder in die Mitte. Also irgendwie so wirklich viel bringt der ja nicht. Oh, oh! Oh, nein! Boah, guck dir dat an, guck dir dat an. Ey, die kriegen keine Schnitte. Wahrscheinlich fahren die grad irgendwo heimlich durch die Tore durch und wir checken dat nicht, aber... Who cares? Hier haben die keine begrenzte Anzahl an, an, äh, Dings, oder? Respawns, oder wie auch immer, Verstärkung, wie in Alterac, ne ne? Gibt's um die Zeit. Dann geht das ja! Bis unendliche, also bis die Zeit Ende ist quasi. Wieso liegt er immer genau vor meinen Haxen, meines Drecks? Dieser Hunter, der hat's auf mich abgesehen, oder? Ich höre jetzt mich... Ich glaub dat auch. Rechts ist jemand. Rechts, rechts, rechts. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Und daher kann ich dir jetzt auch nicht so helfen. Grün ist durch. Uah, voll drauf! Jawoll! Jawoll! Alter, guck dir dat an. Ich räum hier ab ohne Ende. Ich hol dir Erfolge. Ich alleine. Weil das sind Schadenskontrolle für einen. Für uns in einer einzigen Schlacht. Was? Ey, ich wollt' gucken, was dat ist. An einem beliebigen Schlacht fällt 300.000 Schaden oder Heilung. Ja, guck mal hier. Das hab' ich ganz alleine gemacht. Da kommt mir keiner mal helfen. Ah, also du hast... 55.000 Schaden gemacht? Nein, 300.000 stand da. Du hast... 6 Kids? Da stand 300.000. Ah, ich hab' 93 und hab' 4 Kids. Ja, ich kriege keine Kids bloß. So, ich... Todesstöße. Ich bin ja voll schlecht. Oh ne, Mittelfeld. Na ja, gut. Hm, da craftet sich einer. Lustige Sache. Da craftet sich einer. Hat sich auch nicht pervers an. Wir gewinnen jetzt, indem die aufgeben, weil wir die hier umhauen. Und ich bin schon wieder in der Pfeile. Der Hunter nervt. Der lacht sich bestimmt grad ein. Ja, da guckst du grad zu. Ja, das sind ja die 10 Sekunden Delay, um das auszudingseln. Ja, aber wenn der Crash gegen mich spielt, dann bringt das Delay auch nix. Meinst du, wenn der 10 Sekunden in der Vergangenheit hängt? Ich hab ja auch meine Armee, ne? Die hab' ich ja noch gar nicht benutzt. Boah, 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 boah. Scheiße. Genau, dann musste er mich natürlich kicken. Was ein Arsch. So, und jetzt? Moment, wir verteidigen gerade, ne? Das heißt... Wir. Hä? Ja. Gut. Wir wären grad am verteidigen, wenn, ne? Das heißt, wenn wir jetzt durchrushen, dann würden wir ja gewinnen, ne? Theoretisch. Wenn die jetzt weiter zerren. Wenn man das mal so sieht. Alter, sind da zu wenige, oder wat? Weil wir hauen die ja weg wie nix. Na, die sind 15. Hm. Hoch! Ja, oder wie war denn? Ja, siehste mal. Oh, du bist der Bezwinger des gefallenen Königs. Nehme ich der Schrift über deinem Kopf. Was bin ich denn? Ja. Ich bin... Wer bin ich? Natürlich Heldin der eisigen Weiten, was auch sonst. Hm. Hm. So, wo müssen wir denn hier aussteigen? Da rechts. Da rechts. Also, Fahrer an. Scheiße. Egal. Fahrzeug. Und los geht's denn. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Woah. Wir fahren durch. Achtung. Jawohl. Grünes Tor down. Weiter geht's. Und niemand versucht uns aufzuhalten. Doch irgendwie so ein Priester war da gerade. Aber der hat natürlich keine Chance. Zerro Chance hat er. Gar kein Problem. Wir rasen hier durch. Jawohl. Weiter geht's. Gar kein Problem. Ja. Wir rasen hier zu zweit durch. Wir sind gleich am Goldtor. Ja. Np. 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 Irgendjemand ist auch mit dabei. Oh nein. Dann laufen wir davon. Nee, das ist ja wieder sehr herrscher. Oh. Ah komm. Stirb. Tor. Stirb. Ja. Sehr gut. Und weiter geht's. Jawohl. 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 Nein. Mein Dings geht da unten. Egal. Okay. Wir brauchen nur noch das Tor zur Kammer. Oh. Du. 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 Oh nein. Du bist gestorben. Ja. Das ist bedauerlich. Oh. Sie haben den Friedhof gar nicht mehr. So warte ich lang. Sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Na. Mach du mal schneller blöder Taure hier. Geh doch. So. Dieser edel. Zwingte. Ach zu. Mhm. Oh. Da kommt mir ein Mönch auf einer Schildkröte entgegen. Das ist ja. Ui. 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 Sad. Ich hol mir mal hier den Friedhof. 法löcke. Fahr encouraged. Was hab ich? Zack, da ist ein Gegner. Achso. Jawoll die Horde siegt. Meine Damen und Herren. Und damit entlasse ich euch für heute. Bis morgen und so. Tschüss. Level up Yeah